Jelena Ostapenko genoss den Moment sichtlich. Die frischgebackene French Open Siegerin ist nach Riga zurückgekehrt und feierlich empfangen worden. Der Trubel um die 20-Jährige war groß. Eine besondere Heimkehr für Ostapenko, nicht nur wegen ihres ersten Grand Slam Titels. Ich fühle mich sehr gut. Es ist großartig nach Hause zu kommen, jeden hier zu treffen ist einfach toll. Und es war wirklich lustig im Cockpit mitzufliegen. Ostapenko hatte sich im Finale völlig überraschend gegen die favorisierte Simona Halep durchgesetzt. Durch ihren Triumph kletterte sie in der Weltrangliste vom 47. auf den 12. Platz.